Und damit willkommen zurück. Hoffe ich. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. So, wo sind wir? Hier. Gut. Los geht's. Drei Armeen. Also zwei Armeen und eine dritte, die sich aufbaut. Ich habe ein paar Reiter. Nice. Äh, ja. Schauen wir mal. Vielleicht kann ich was snipen. Ich glaube es nicht, aber naja. Mal sehen. Mal gucken. Das Ding ist halt, Erebor hat das Problem, man macht keine Kohle. Bis da bei Hemsklam, Minos Morgul, da hat man einfach Geldmachgebäude, die richtig viel Geld machen. Und zwar richtig kräftig Geld. So, den Vorteil habe ich hier natürlich jetzt nicht. So machen wir das jetzt. Also ich habe hier absolut keine Chance, irgendwas zu tun. Aber ja. So, Tor machen wir zu. Ich kann natürlich versuchen, mich irgendwie defensiv aufzustellen. Aber wirklich gut wird es nicht. Das ignorieren wir. Das hätte ich gern. Bringt mir jetzt aber gerade herzlich wenig. Und der Rest ist auch egal. Jetzt schauen wir einfach mal. Schön da so lang. Wie gesagt, ich versuche Stuff zu snipen. Mit etwas Glück klappt es. Wahrscheinlich aber eher nicht. Aber mal gucken. Kann ja alles noch werden. Da schaut es mal. Da ist schon was. So, da haben wir schon mal was getötet. Ein Baumeister schon mal weg. Hier sehe ich gerade keinen Baumeister. Okay. Da ist noch einer. Nee, ihr sollt den Baumeister töten. So, das gibt mir jetzt die Chance, diesen Typen zu töten. Nicht sofort, aber insgesamt. Insgesamt gibt mir das die Chance. Oh, Kankra. Und Riesen. Da muss ich dann weg. Ja, 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 du musst da ganz dringend weg. Du auch. Okay. Okay. Ja, whatever. Macht ruhig. Ist ja egal. So. Okay. Okay. So, und gehen wir denen mal entgegen. Oh, wow. Kommt da für Quatsch. Schaffen die das? Könnten sie, ne? Vielleicht. Okay. So. Okay. Aua. Aber ist schon machbar, ne? Laufen, laufen, laufen. Weg, 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 weg. Heilung. Gut. Drachlinge. Das ist böse. Aber okay. So. Äh, das würde mich nicht wundern, sage ich ganz ehrlich. Die Kaserne haben sie schon mal kaputt gemacht. Oh je. Oh je. Oh je. Ja, ja, das ist ziemlich lost. Aber wir versuchen es weiterhin. Und mit etwas Glück kriegen wir Kankra tot. Wahrscheinlich aber eher nicht. Naja. Ich glaube, das wird nix. War mir aber klar, ne? War mir klar. Ich muss halt diese Armee irgendwie verfolgen und so. Und ja, das ist ziemlich lost. Na gut. Na gut. Ja. Das tut weh. Okay. Aber aufgeben ist noch nicht. Vielleicht kann ich nämlich die Orks töten. Wenn ich halt durchhalte, ne? Das ist halt das Ding. Ich muss halt durchhalten. Was aktuell nicht so ausschaut, als wäre es machbar. Ja. Autsch. Aber. Mal gucken. Will noch nicht aufgeben. Wenn ich die Orks töten kann, ist einer mir weg. Gut, dafür gibt es halt die Elben dann wieder, aber. Alles kann man halt auch nicht haben, ne? Ja, 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 ja. Gut. So. Da kommt Fackelträger. Ja, der schmeißt mir hier alles kaputt. Das ist einfach so, ne? Ja, also ich muss halt bis zum Erdbeben durchhalten. Das sind nochmal sechseinhalb Minuten. Ja. Mal schauen. Da ist ein Feuerdrache. Der macht hier gut Stuff. Das gefällt mir. Das ist gut. Ja, ja. So. Hier kann jetzt zum Beispiel schon ein Tom hin. Hier greift hier alle an. Hier tötet den, oder? Ja. Wer braucht einen Baumeister, um zu erbauen? Bestimmt. Bestimmt. Na? Macht sie hier den Schaden? Oh, der macht gut Schaden. Das ist schön. Sie dürfen uns nicht überall bieten. Okay. Aha. Na komm. Töten. So. Haben wir den schon mal weg? Das ist nicht schlecht. Habe ich noch Baumeister, oder? Eher nicht. Ist doch gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich habe keine Baumeister mehr. Ich glaube, die sind alle gestorben. Bedauerlich. Sehr bedauerlich. So. Okay, damit war es das, weil... Ja. Ja. Die Kaserne stirbt und das war es dann. Na gut. I tried. Es sollte nicht sein. Können wir es einlassen. Ist okay. Nicht verlassen. Verlassen ist falsch. Nein. Lass uns durchlaufen. Whatever. Schade. Kein Snipe geschafft. Aber ohne Armee eine solche schlechte Festung, das war eigentlich klar. Na gut. Wir haben runen verloren. Ja, das ist doof. Tatsächlich, runen verloren ist doof. Ähm. Jetzt lass mich mal gucken. Okay. Die gehen da rüber. Das geht alles da hoch. Zusammen mit dem. Die folgen da. Okay. Die können dorthin. Der kann da lang. Der geht hier rein. Festung bauen. Kaserne bauen. Festung bauen. Kaserne bauen. Und Kaserne. So. Hier hin. Die können da rüber. Dann können einige Truppen nach dort geschoben werden. Mh-hmm. Okay. Ich bin jetzt auch nicht mehr so darauf erpicht, meine Truppen optimal zu bewegen, dass halt immer überall ausgerüstet wird. Und so, weil ich habe so viele, da ist es wirklich eigentlich egal. Hauptsache ich bilde aus. Und irgendwo wird manchmal was ausgerüstet und gut ist. So. Passt. Ist okay. Gut. Da können Truppen nach vorne. Zack. Da könnten Truppen nach vorne. Genau. Weiter geht's. So. Da geht's noch weiter. Der geht dorthin. Die gehen da hin. Die da lang. Der hier entlang. Der nach oben. Der nach oben. Der ist ausgerüstet. Die auch. Die können alle weiter. Gut. Dann geht der halt da hin. Der dorthin. Der da lang. So. Also. Ich habe hier Truppen. Ich habe hier welche stehen. Und ich habe hier was stehen. Hier kann ich nicht angegriffen werden. Da ist egal. So. Das kann noch mit nach vorne. Okay. Der Eomir versucht es mal schauen wie die sich verteilen. Wahrscheinlich rennen sie jetzt hier oder hier lang. Muss man halt mal sehen. Irgendwann werde ich sie irgendwo festnageln können. Bis dahin dauert halt einfach noch. In der Zwischenzeit töte ich hier Stück für Stück den Quatsch. Und gut ist. Hier kann er nicht raus. Das geht nicht. Sobald das tot ist. Passt das auch. Wahrscheinlich werde ich mit Boromir irgendwann. Wo ist eigentlich Theoden? Ist der noch tot? Nö. Vorrat weiß. Ich wusste mal wo das ist. Hallo? Okay. Mir fehlt Theoden. Ich sehe den gerade nicht. Ich bin blind. Vorrat weiß. Ach du Kacke. Der ist da oben unterwegs. Ja lustig. Okay. Krass. Gut. Passt. Das wirft alles. Versuch zeigt. Why? Why? Was willst du da? Oh Gott. Leute. Nein. Wie dumm kann jemand sein. Wie dumm kann jemand sein. Wie dumm kann jemand sein. Ganz. Furchtbar. Dumm. Okay. So. Was haben wir hier noch? Nix. 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 Blablablabla. Gut. Ist egal. All right then. So. Gut. Okay. Dann. Den gleichen Bums nochmal. Ich habe jetzt eine Festung verloren. Deswegen habe ich weniger coole Punkte. Aber egal. So. Die gehen da lang. Die gehen da lang. Ist halt Zeitverschwendung. Macht euch kaufbereit. Wir haben ein bisschen mehr. So. Zack. Gut. Stimmt. Ich habe nur noch zwei Baumeister. Ui. Ja. Den dritten zu verlieren. Das ist schon doof. Töten. 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 Da bitte angreifen. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier die Truppen nicht verliere. So. Hamas. Nein. Gut. Okay. Irgendwo hat er noch einen Baumeister. Da. Weg damit. Okay. Puh. Passt. Also dieser Held nervt. Dieser Tranduil oder was das ist. Der nervt schon knackig. Ja, ja, ja. Okay. Aber wieder gewonnen. Passt gut. Dann. Jetzt. Jetzt. Oh Gott. Er hat sich aufgeteilt. Das ist gefährlich. Das ist tatsächlich wirklich gefährlich für ihn. Das sollte ich schaffen. Er versucht es. Natürlich. Was will er denn da mit einem Helden ohne Truppen gegen ausgerüstete Armeen. Ja. Äh, die, die, doch die Eisenberge glaube ich. Die werden knifflig. Weil da stecken zwei Armeen vom Gegner drin. Das wird alles andere als easy. Ist aber auch machbar. So. Haltet ihr auf? Haltet ihr auf? Offen! Zack, 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 zack. Dö, 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 dö. Dö, dö. Bumm. Seidarten! Holt eure Waffen! Wenn die ausgerüstet sind, kann ich vielleicht einfach die Baumeister wieder snipen. Marsch! So, ihr geht da hin. Und dann da hin. Und die Vorbau. Und das kann ich alles hier ignorieren. Das brauche ich jetzt. Gar keine Zeit verschwenden. Ja. So. Das ist auch egal. Die Trölle. So. Trolle. Noch ein Troll. Naja. Okay. Ihr stresst halt so ein bisschen rum. Macht aber sonst herzlich wenig. Nützlicher ist. So. Könnt ihr den bitte jetzt töten? Das wäre... Ganz toll. Okay, ich glaube, ich muss hier doch Stuff ausbilden. Das ist gerade alles ein bisschen doof. So. 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 Töten bitte. Okay. Wo, da ist ein Bataillon gestorben. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Könnte mich aber auch irren. Naja. Wird mal alles sehen. Irgendwo wird es bauen können, ne? Gut. Na komm. Pass. Pass. Irgendwo dahinten hat es glaube ich noch anderen Quatschkram. Nicht Orks Gravonholde. Ja, ich habe ein Bataillon. Schwertkämpfer verloren. Krass. Gut. Ist nicht so wichtig. Whatever. Passiert. Gibt Schlimmeres. So, haben wir es jetzt. Okay. Verteidigt. Er hat ein Bataillon töten können. Glückwunsch. Aber der Rest ist dann auch egal. Oh, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Krass. Unglaublich. Nichts behalten. Zack, zack, zack. So. Mal schauen. Mal schauen, was sich noch tut, ne? So. Heyo, there. Thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020